Lachen wird dir vergehen, mein Freund. Guck. Herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay von mir und meinem Bruder, dem Game Tollig. Den kennt ihr bestimmt. Ja, sag mal hallo. Hallo. Ja, Baby. Den habt ihr ja schon bei dem letzten Let's Play schon gesehen, wo wir zusammen Rainbow Six gespielt haben. Ja, heute spielen wir Broody Wars. Eine neue Serie wird gestartet und zwar spielen zwei Brüder gegeneinander. Ja, das wird brutal. Das wird sowas von, ja, das Schlimmeres gibt's nicht. Bitte nicht, nein! Ja, Spaß. Ja, also wir spielen Half-Life, die normale Version. Und das Ziel ist, dass im Prinzip einer zehn Punkte hat. Also wenn einer zehnmal die Runde gewonnen hat, der darf sich im Prinzip eine Bestrafung für den anderen aussuchen. Der darf den halt mit einem besonderen, irgendwie mit so einer besonderen Waffe oder mit irgendeinem besonderen Kill, darf der, ja, den anderen töten. Ja, ich würde sagen, viel Spaß damit, Leute. Jetzt geht's los. So, wo ist der kleine Sack? Okay, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt wird gefetzt. Jetzt geht's hier um das Überleben. Um die Wurst. Es geht um die Wurst, meine Damen und Herren. Also, die erste Runde machen wir nur mit Pistolen, falls ihr denkt, wieso wir kein Sch... Der ist irgendeiner gestürzt. Hab ich gehört. Ja, Junge, komm hierhin. Äh, komm hier. Halt er sich... Weißt du, das ist doch unfair. Der weiß genau, wo, wo, wo die Heilstellen sind. Nö, ich bin zufällig, äh, draufgetriebt. Scheiße. Oh, nein. Nein. Okay, jetzt dürfen wir alle Waffen nehmen, die es hier gibt. So, jetzt... Zieh dich warm an. Okay. Ja, ich hab ein Pulli an. Ach so, ja, dann hast du dich ja schon vorbereitet. Ja, wo ist denn der Kleiderer, der? Ja, wo ist ja denn? Ja, wo ist denn der Gegenteil, der? Ich komm hier grad gar nicht hoch. Scheiße. Ich sitz hier irgendwie fest. So, was haben wir denn jetzt hier gesammelt? Ah, guck mal hier. Was haben wir hier? Ich hab, ich hab was Schönes, finde ich. Bruderherz. Och nee, wieder so eine Überraschung. Oh ja. Autsch. Ich bin gestürzt. Ja, wo bist du? Hallo. Hm, wie hört man ihn nicht? Ich hab so eine Pupswaffe. Oh. Oh. Nein. Ich krieg dich. Du sauter. Wow. War das knapp. Gibt's doch nicht, ey. Ja, ja, ja. Du wolltest dich von hinten halten, du Sack. Scheiße. Scheiße, ich muss weg, ich muss weg. Hast du denn noch viel Leben gehabt? Verrate ich nicht. Ne, zu wer. Ne. 57. Boah. Da hast du aber noch einiges. Okay, dann muss ich hier ein bisschen Leben sammeln. Surprise, motherfucker. Oh, fucker. Oh, fucker. Oh, fucker. Was war das denn? Eine Shotgun. Wie geil. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass ich dich jetzt mit einem Schuss... Also, ich bin... Ich bin, äh, ja, geflasht. Cool. Oh. Komm, wie geht's? So. So. Ähm, ja. Okay. Ja, wo ist er denn, der Kleine? Ich glaube, ich höre ihn wieder. Boah, Junge, 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 Junge. 2-2 steht es. Hat er sich, äh, eine Shotgun gegeben? Ja, Junge. Wo bist du denn? Hallo. Hello, hello, my little friend. Ah! Hihi. Oh, wow! Okay, das war jetzt, äh... Ich weiß nicht, das war so eine komische Reaktion. Ich hab, äh... Weißt du, meine Waffe war leer und dann hatte ich Revolver direkt. Und dann einen Schuss und dann, äh, äh, ja, das war... Scheiße, der hört mich hier ein. Äh, ich weiß nicht. Jetzt lass ich hier den Pro raushängen, oder was? Aber wir werden es noch schaffen, meine Freunde. Oh, fuck. Ich hab auch so den falschen Knopf gedrückt. Scheiße, wo bist du, Mann? Dich... Ah! Ah! Oh, du Zack! Ja, erstmal heil, du. Ja! Groß, du Zack! Ah! 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 Voll erschreckend. Nein, nein! Ich hab... Ah! Boah, scheiße, ich musste nachladen. Shit. Du kannst nur mit Schrumpflümpeln, oder? Äh, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, ich hatte das Glück, dass ich mich gerade aufgeladen hatte. Also, mein Leben. Shit. Meine Wache wird böse sein. Mhm. Hallo, Raditz. Ich glaub, diese Map ist zu groß für zwei Leute. Ich glaub auch. Aber es steht jetzt 4 zu 2. I am the one, don't wait your time, don't... Ah! Ah, scheiße! Oh, endlich. Ich hab dich gesehen, ich so schnell weggehe. Ah, guck mal, das ist mein Leiche. Ein Zombie. Ein Zombie! Ein Zombie mit einem Staubsauger, oder was? Oh. Oh, shit. Nein! 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 Ah! Oh, das war knapp, ich war's verreckt. Echt jetzt? Hab ich dir so viel abgezogen? Mit deinen Fliegen, ey. Cool. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dir so viel abziehe. Ja, ja. Ach ja. Huh. Oh, ich hab ein paar Geschenke für mich. Ach nee. Nicht noch mehr Geschenke. Weihnachten ist zwar vorbei, aber... Ich hab doch schon so viele Geschenke... Ah! So viele Geschenke bekommen. Bin fast selber in mein Geschenke gelaufen. Ach so. 1, 2... Ah! Geil! Scheiße! Ich glaub, ich hab'n Kill bekommen. Ich hab' dir Punkte geschenkt. Ja, danke. Ja, guck, wie nett ich bin. Das ist sehr nett von dir. Scheiße, versteht eigentlich. Steht 4 zu 3 für mich. Mhm. Okay. Wo bist du denn? Wo bist du denn, mein Sonnenlicht? Wo bist du, mein... Wow. Ah! Gibst du nicht! Ja, 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 ja. Kannst du was ab jetzt? Ja, ein bisschen. Ein bisschen Scheiße. Hast du wohl gedacht, du kannst mich hier fertig machen? Ja. Hä? Was war das? Hast du gewusst, dass ich da rauskomme? Nee. Ich hab' dich gehört. Ich hab' gehört, dass du da in der Nähe warst. Ah, alles klar. Guck mal, ich führe jetzt schon 5 zu 3. Das gibt's doch nicht. Na gut, mit der Granate war ein bisschen fies. Ja, trotzdem. Ich muss langsam aufholen. Stimmt. Gib's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wo bist du denn, mein Freund? Boah, ich hab' dich doch vorhin gehört. Ah, ich hab' auch irgendwas gehört. Irgendeine Ratte. Geil. Ich spür's. Bitte raus! Ah, ah, weg ihr! Weg ihr! Ah, ah! Geil. Ich wollte dich eigentlich mit der Brechstange. Ach so. Ja. Ich war zu langsam. Ja, so schlecht bin ich jetzt auch nicht, dass man mich jetzt mit dieser Brechstange... Nein, aber ich meine, also, ich kann mich schon wehren, ein bisschen. Äh, du musst mal langsam aufholen, ne? 6 zu 4. Hast du recht. Ding, Tollig, wo bist du? Ich seh' dich nicht. Ich bin irgendwo, im Nirgendwo. Warte, ich hör' dich. Nein, tust du nicht. Ima. Ich hab' dich gehört. Ich hab' dich aber selber verhofft. Scheiße. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Yippee. Das gibt's doch nicht. Ah, bist du mir hinterhergelaufen, oder was? Ich hab' dich von oben gesehen. Scheiße. Ich bin runtergegangen und dann... Tada! Gibt's doch nicht. Okay, ich bin auch noch mal fast zu langsam. Das ist lange, weil ich hier irgendwann mit der... Sooo... Ah! Du Drecksack! Ich kann den Laser sehen. Scheiße! Ich hab' dich gehört. Oh Mann! Oh Mann! Aha! Irgendwas war da. Ah! Geil! 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 Ich hab' die ganze Zeit gewartet, bis du reinkommst. Bis du dich reingemacht. Scheiße! Scheiße! Weil ich gedacht habe, du wartest da irgendwie. Oh ja, 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 ich bin ein fieser Schwester. Ah! Ah! Ich hab' die ganze Zeit gewartet. Ja, ja, lach' nur. Lachen wird dir vergehen, mein Freund. Guck'n. Guck'n. Ah! Scheiße! Geil! Geil! Ich seh' da nur, was runterfallen ist, äh? Es hat geklappt. Es hat geklappt. Es hat geklappt. So einer bist du also. Ja, ja. Okay. Doch, jetzt hör' ich dich. Ach so, so ist das. Hatte ne schöne Armbrust. Ich hatte keine Munzüge. Scheiße. Ich war in Panik. Keine Panik auf der Titanic. Wow! Okay, das war eine komische Reaktion gerade, ey. Nein. Puh. Jetzt muss ich zu meinen Totals laufen. So, was hab' ich noch nicht verwendet? Ich nehm' mal diese. So. Ich hab' noch aufgeladen und dann, äh, ja. Fuck. Ja. Der Sieger steht fest, ne? Ja. Ja, ähm, jetzt hab' ich mir eine Todesstrafe ausgedacht für dich. Nein. Und zwar wirst du sterben durch, ja. Zivier. Tasche. Okay, warte. Ich leg' mal vier Dinge. Ne, komm, fünf. Ja, wenn wir schon dabei sind. Ja, komm, wir gehen dabei, oder? Schei. Okay. Du springst hoch und ich, äh, werde Ade nicht springen. Juhuu. Juhuu, ich hab' gewonnen. Jaaa. Ja Leute, also der Sieger steht für dieses Spiel fest, das war ich und ich hoffe es hat euch Spaß gemacht und ich sage bis zum nächsten Mal Leute, ciao! Bis zum nächsten Mal!